So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und wir haben heute wieder was ganz besonderes für euch vorbereitet, aber ich glaube so besonders ist es heute gar nicht, das hat aber mehrere Gründe. Erstens, heute ist Montag. Zweitens, morgen ist Dienstag. Ihr wisst was drittens ist, Mittwoch ist Mittwoch, aber darum geht es nicht, denn es ist der nächste Raid Boss Wechsel, der im Haus steht. Ich gehe jetzt wieder auf die GoTool App. Wer die noch nicht hat, hol die euch. Ich finde die einfach super klasse, kann ich nur empfehlen, gibt es aber glaube ich nur für Android. Das ist hier oben das dritte, äh das vierte in der ersten Zeile. GoTool, die sah mal besser aus, muss man sagen. Die sah richtig aus und seitdem es jetzt GoTool V2 gibt, ja, ist das halt alles so kitschig und comic mäßig gemacht. Gefällt mir vom Design her der Pokémon an sich jetzt nicht unbedingt so, ne. Da fand ich das Original besser. Aber die App ist natürlich richtig klasse, weil du hast da alles zum Nachgucken. Das ist kein gesponsertes Video, ich werde euch auch nicht weiter vorstellen, was es da gibt. Ich werde euch nur zeigen, warum wir jetzt auf die App gehen. Wir hatten jetzt die ganze Zeit Cobalium, wir hatten Terrakium, wir hatten Viridium. Cobalium habe ich 200er, habe ich aber schon gehabt. Terrakium habe ich, wenn ich geradet habe, Terrakium geradet, nichts besonderes bekommen. Viridium, Viridium ist mir das 100% Wetterboost geflohen. Reden wir nicht drüber, ist egal. Shiny habe ich alle drei gehabt, vorher schon, auch als Lucky Shiny. Aber jetzt Raid Boss Wechsel auf Griselia. Wir gucken wieder hier rein, was sind die Konder, was kannst du nehmen für Griselia. Wir gucken wieder, kann ich da was maxen, kann ich da was pushen, kann ich sonst was machen. Griselia gab es ja auch schon ein paar Mal, Griselia war schon öfters da, wurde auch schon als Shiny eingeführt, ist jetzt natürlich auch wieder als Shiny verfügbar. Viele von euch werden vielleicht noch gar keinen Griselia haben oder manchen fehlt eben das Shiny. Die haben beim letzten Mal kein Glück gehabt. Jetzt ist es dann zwei Wochen da. Morgen ab Dienstag, 10 Uhr ist der Raid Boss Wechsel. Ab 11 Uhr könnt ihr es dann raiden, weil ab 10 Uhr erscheinen die Eier, die dann ab 11 Uhr aufgehen. Ich drücke jetzt hier wieder auf Kopieren, damit ich jetzt die Pokedex-Nummern kopiert habe in den Zwischenspeicher. Ihr seht auch, wenn ihr mal vergleicht mit den anderen, dass Griselia an sich schwerer ist, man mehr Leute braucht, hartnäckiger, mehr Verteidigung hat. Ganz klassisch vorne dran, sehen wir hier aber Mega-Gengar als Geist oder auch mit Unlicht. Dann habt ihr hier Geist mit Mega-Hundemon, Geist mit Skalabra, Unlicht mit Darkrai, Giratina, Evil-Tal, Mega-B-Boys auch hier aufgeführt. Das sind die Bunna Mewtwo und dann haben wir noch ein paar Käfer. Hä? Was ist denn ein Despotar mit zwei Käfer-Attacken? Traf ich nicht, gut. Ich glaube, GoTool ist voll behindert. Holt euch nicht die GoTool-App. GoTool ist die schlechteste App der Welt. Egal, eigentlich passt das immer alles, außer ich habe gerade irgendwo einen Denkfehler. Despotar mit zwei Käfer-Attacken. Hm. Wäre mir jetzt neu. Wir gehen jetzt auf jeden Fall rein, wir haben ja die Pokédex-Nummern kopiert. Wir gucken uns an, was zeigt es uns an? Welche Konter haben wir davon? Welche können wir pushen? Welche werden wir vielleicht einsetzen? Was habt ihr davon? Was könnt ihr nehmen? Darkrai war die ganze Zeit in den Raids. Viele haben sich sicherlich ein starkes Darkrai gesichert. Jetzt leh das nicht. Wir können außerdem drauf gucken, was ist das beste Griselia, was ich schon auf der Hand habe. Wie viele Shiny Griselia habe ich? Wir können ja erstmal ganz kurz nach der Ausbeute gucken bisher und wie viele Griselia-Rates ich auf dem Counter habe. Jetzt ist es nämlich auch reingeladen. Geben wir mal kurz Griselia ein. Griselia, wenn ihr hier das nach, ja hier ordnet, dann seht ihr hier, da ist ein Shiny, ja da ist ein Shiny, da ist noch ein Shiny, da ist wieder ein Shiny. 16,8, 16,12, 16,24, 16,27, 16,30, Brudi, 98er, wir haben also ein 98er vom letzten Mal, 15.06.2019, 98 Brudi, ja wieso nicht? Das heißt, 100er fehlt, 100er könnte man mitnehmen und das sind natürlich dann welche mit Wetterboost, ihr habt ja auch das Lucky Shiny und das ist das einzigste Lucky Shiny, was ich habe. Ich mache immer den Lucky Eintrag von Legendären mit dem Shiny, deswegen ist da eins drin, ansonsten sind noch vier da, also Shiny bräuchte ich nicht. Aber ein 100er wäre okay, wenn man das mitnimmt, 100er ziehe ich ja immer hoch. Insgesamt, da habe ich jetzt 97 gesehen, 68 gefangen, ein Glücks. Gehen wir jetzt mal auf die Konter, die wir eigentlich haben, die man einsetzt oder die uns an sich GoTool vorschlägt. Wir sortieren das jetzt auch hier nach Nummerierung, ne. Jetzt habt ihr hier Mega Bibor, okay, Hammer, haben wir auf Level 50, brauchen wir also nichts pushen. Gengar, haben wir auch hier, auf Level 50, brauchen wir also nichts pushen. Da sind noch ein Wahrscheinlichs dabei, da sind noch Kostümierte dabei, alles. Hier haben wir Mewtwo, Mewtwo ist auf Level 50, Psychoklinge, Psychostoß, Spukball. Das sieht eigentlich gut aus, ich glaube da bin ich sehr gut vorbereitet. Die Krypto-Mewtwo natürlich, auch wenn die nicht auf 50 sind. Wenn ihr Krypto-Mewtwo habt, zieht mal wirklich 1er 40 hoch zumindest, nehmt die mit. Die sind auf jeden Fall richtig brutal, die retten euch öfters mal den Po. Dann, ich glaube bei Darkrai kann ich aber noch ein bisschen was machen. Darkrai habe ich doch so viele Bonbons. Hier Rüstungs-Mewtwo, also wenn Mewtwo nochmal kommt, ich werde auf jeden Fall mein 100er Rüstungs-Mewtwo dann noch auf 50 ziehen, weil ich nicht weiß, was ich sonst damit machen soll. Ja gut, ich könnte Krypto-Mewtwo natürlich pushen. Aber egal. Hier, Hundemon ist auch auf 50. Brauchen wir also jetzt auch nix. Despotar haben wir auch auf 50. Ein erlöstes mit Katapult-Steinkante und ein 100% Krypto mit bis Knirscher, was ja dann wichtiger ist. Wo sind die Käfer-Moves? Ich frage euch. An sich könnte man jetzt noch ein paar Despotar bis Knirscher vielleicht hochziehen. Ja, aber wenn ihr ein Team haben wollt, was eben halt aus mehreren besteht, mit Abwechslung drin, muss das nicht sein. Hier ist Snibuna dabei. Snibuna ist noch nicht auf 50. Das wäre das Erste, wo man was machen kann. Aber schafft es auch nicht auf 50. 296. Das wird nix. Ihr wisst, ich bin kein Fan davon, wenn man jetzt ein Stück pusht und dann nicht mehr. Also das lassen wir lieber auch so. Ihr seht aber schon mal, das kommt dann auf 3397. Dann haben wir hier Giratina. Giratina haben wir jetzt letztens gepusht erst. Ist auf 50. Das mit den Beinen und das mit den Flügeln müsste dann nachkommen. Ist auch auf 50, nämlich hier. Da brauchen wir also auch nichts mehr pushen. Der Rest hier ist auf 40. Kann auf 40 so bleiben. Da brauchen wir auch nix weiter. Darkrai. Darkrai ist ein Thema für sich. Hier, Darknet. Auf 50. Hat auch zwei Moves. Wir haben noch über 5000 Bonbons übrig von Darkrai. Da drunter kommt noch, guckt euch die ganzen Shines an. Die man leider nicht tauschen kann. Also komplett sinnlos alles. Kavalanzas, aber Kavalanzas können wir auch nicht maxen. Geht auf 3,2. Wir haben Skalabra. Das ist gemaxed auf 50 mit 3,6. Wir haben Triggefallo. Was wir aber auch nicht maxen können. Kommt aber auch auf über 4000. Und... Evil Tal, was gemaxed ist, auf 50. Ist sogar Lucky 100er. Habe ich von Taupsi2go damals bekommen. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Auch hier mit Unlichtattacken. Das passt. Wir könnten nöchstens, dass wir überhaupt irgendwas gepusht haben, hier noch ein paar Darkrai pushen. Und zwar noch ein paar 98er, die wir so haben. Weil das ist das 100er. Das ist das 98er auf 40. Das ist ein 98er auf 40. Dann müsste hier noch ein 98er kommen. Auf gleich 40. Wenn wir es hochziehen auf 40. Wir ziehen es mal hoch. Bis zu 40. So. Das ist jetzt nicht so teuer. Ihr seht, Staub ist am Start. Bonbons sind am Start. Nehmen wir das nämlich auch noch mit hoch. Ziehen das ein bisschen. Das müsste auch ein 98er sein. Genau. Machen wir das mit dem auch. Was wäre eine Max-Out-Monday-Folge, ohne dass man überhaupt irgendwas pusht, wo man sagen kann, es ist trotzdem keine Max-Out-Monday-Folge, weil es ist ja nicht komplett gepusht. Es ist also wieder mal Fake, was wir hier betreiben. 21,29. Das ist ein 98er, aber nur mit 14 Angriff. Weiß ich nicht. Sag mal, 14er Angriff pushen. Da habe ich so viele 98er jetzt davon. Oder lieber ein 96er mit 15 Angriff. Da hätte ich auch noch ein paar. Oder hier ein 96er, was halt trotzdem 15 Angriff hat, aber unten jeweils. Ich glaube, damit warte ich nochmal, denn da kann ich euch wieder fragen. Ich habe jetzt also 1, 2, 3, 4, 5. Es würde sich um ein sechstes Darkrai handeln. 1 auf 50, 4 auf 40 und 1, damit ich eine sechste Armee habe, würde ich noch pushen. Was soll ich pushen noch? Ein 98er mit 14 Angriff, was so aussieht, was natürlich dann höher kommt. Oder lieber ein 96er, aber halt mit 15 Angriff, was halt dann nicht so hoch kommt. Aber der Unterschied, weiß ich nicht. Der Unterschied ist ja kaum da. Das können wir so lassen. Ich denke mal, da werde ich sowieso, ich werde Giratiner, ich werde Darkrai, ich werde Despo da, ich werde Mewtwo, also die ganzen Standardsachen so. Ich bin ein Raid-Spieler, ich bin kein GWL-Spieler, ich bin Raider, ich raide aus Leidenschaft. Da werde ich von jedem immer mal eins mitnehmen. Vielleicht das fette Krypto-Despo da, das 100er Mewtwo mitnehmen. Vielleicht das Evil-Tal, dass das auch mal benutzt wird. Darkrai natürlich mit rein. Ein Giratiner mit rein. Da hast du eigentlich gut ausgesorgt. Also ich bin ausgerüstet, das sollte gut klappen. Gleichzeitig, wer es nicht gesehen hat, können wir euch noch was zeigen. Und zwar, ein neues Shiny hier. Skalyg ist am Start. Skalyg sind so viele. Jetzt müssen wir nur wieder gucken. Hier, Skalyg. Ein Shiny Skalyg, ja. Gab es aus Eiern zum Brühen, gab es aus dem Feldforschungsdurchbruch, gab es aus Feldforschungen. Habt ihr ein Shiny Skalyg bekommen? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich bedanke mich beim 46 Arrow. Der hat nämlich, als ich das erste Skalyg hatte, gesagt, er hat genügend übrig. Er sucht noch Eliseber und so weiter. Hat mir eins getauscht. Dankeschön dafür. Grüße gehen raus. Shiny Skalyg auch jetzt hier dabei. Und natürlich auch die Weiterentwicklung, das Grif... Wow, da muss ich mal... Ich kenne den Namen von dem Teil nicht, weil ich es so selten sehe. Grifeldis. Und ich finde, das hat eine richtig coole Farbe. Das sieht aus wie Pokémon-leuchtende Perle. Guckt euch mal das Titelbild an von dem Spiel. Das hat auch so ein schönes Rot, so rötlich-rosa irgendwie so eine Mischung. Auch gerade mit diesem Unlicht-Hintergrund finde ich das sehr stark. Das habe ich auch von Pupsi. Steht auch hier. Durch Tausch erhalten von Supersani. Die hat nämlich Feldforschung dann gemacht. Hat das gesucht. Hat dann im Stream gesagt, guck mal wieder auf dein Handy. Es ist dringend. Ich gucke so drauf. Und dann schickt sie mir ein Bild von dem Shiny Skalyg. Also, danke natürlich auch an Pupsi. Danke, dass du mir da immer hilfst, dass du mich da unterstützt. Sie sagt ja auch, ja, du kommst ja auch selten dazu, das zu machen, was du willst und brauchst. Du hast ja immer da zu tun. Ich helfe dir da. Ich unterstütze dich. Wenn ich eins kriege, kannst du dich auf mich verlassen. Ist auch nicht selbstverständlich. Auch danke an die Community. An viele, die dann immer auch mitsammeln. Die dann immer gucken. Gerade immer auch, wenn ein neues Pokémon rauskommt. Dass man das wieder direkt als Lucky traden kann und so weiter. Hannes ist da immer auch fit. Hannes ist immer gut dabei. Hannes immer gleich, ich sammle mit. Ich sammle mit. Dann sammelt der auch wie von der lustigen Maus. Die Däne lauter gesammelt. Und dann zack, 20 Trades gemacht. Direkt Lucky geworden. Das ist doch schön. Das freut mich. Habt ihr einen Skalük bekommen? Habt ihr zwei Skalük bekommen? Wie findet ihr das Shiny? Was ist euer Team gegen Griselia? Habt ihr schon ein Griselia? Braucht ihr noch Griselia? Habt ihr einen Shiny? Braucht ihr einen Shiny? Freut ihr euch auf Griselia? Für mich wird es ruhig. Ich werde wirklich jeden Tag nur den freien Pass wegmachen. Außer am Mittwoch in der Raidmania. Wenn Raidstunde ist. Ladet ihr wieder ein. Ihr kriegt Raidmania Punkte. Da muss ich in den sauren Apfel beißen. Aber vielleicht fällt ja trotzdem ein Hunderter ab. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Ich werde heute jetzt noch ein bisschen Pokémon Let's Go streamen. Mussten nämlich sehen, dass ich bis Freitag fertig werde, wenn Berle kommt. Und heute Abend natürlich chill mit Ramses. Es ist ja Montag. Wir sehen uns heute Abend. Wir sehen uns nachher. Je nachdem. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.